also hallo liebe freunde ich hatte hier wieder was ich hatte hier einen wassereinbruch und zwar hier sieht man leicht die verfärbungen der wassereinbruch der war da hinten da hat man gesehen wie es da hinten tropft dann hier vorne läuft und dann der ecke hier an der ecke hier raus läuft ich habe wasser oben rüber gegossen dann habe ich festgestellt das fließt hier rein fließt zwar hier drauf aber hier ist einfach so dicht hier kann nichts mehr reinkommen also muss es irgendwo hier in diesem bereich gewesen sein aber sehen tue ich ehrlich gesagt nichts ich habe mal jetzt diese schiene hier raus gebaut da war das mit so einem doppelseitigen klebeband fest gemacht das habe ich jetzt entfernt hier auch einigermaßen da werde ich jetzt gleich so da fixe power ein kleben und das fest montieren jetzt aus nachdem ich fertig bin und wassereinbruch ist gestoppt